Marco Reinkens, bonjour. Am Kader vom Projet 380 muss ja sicherlich eine Etude gemerkt werden, die den Impact der Erneuerleitung der Natur an den Menschen analysiert. Ganz richtig. Als Gesetz gesagt wird, dass wir eine sogenannte Umwelt-Impact-Studie machen müssen. Was wird an der Studie gesehen und analysiert? Beim Fonds hat die Region geguckt, wo ein Überraschsolder gebaut wurde. Hier gibt es den Menschen an seinen Lebensraum, also die Wirtschaften, ihre Erweiterungen, die Menschen, wo es schafft, also die Aktivitätszonen, und auch dort, ob sie ausgebaut werden müssen. Dann gibt es natürlich auch ein Blick auf die Infrastruktur, und ein ganz wichtiger Punkt an seinem Umfeld. Hier gibt es die Natur an dieser Welt. Wie möchte die Etude? Das ist ein unabhängig und agriertes Expert-Büro, das man chargeiert hat. Und die Etude lebt dann auf, und hat die Erleitung vom Umweltminister. Wie umreistet Logenet, fürzustellen? Am Anfang stellt Kreos mal für dich ein Demandendossier ab. An dem Demandendossier gehörte daran, für was den Überrasch gebraucht wird, wo er hinkommen soll, auf die Mehrreise fürzustellen. Nur, wenn die Demand beim Umweltministerium erreicht werden, da wird ein Scoping-Fast deklanchiert. Während dieser Phase, friedt den Umweltminister, die anderen Ministerien, die Administrationen, gemengen an auch Eisbirscher, für eine Kreide-Charge abzustellen, von allem, was soll analysiert gehen. Da könnte die eigentliche Studie-Fast. Während dieser Phase, durchschaft ein Experten-Büro am Fong alle guten die Informationen, die gesammelt sind, und auch das, was an der Scoping-Fast abgezeichnet wird, wird auch integriert. Dann sieht man hier von Kulwaren, die möglich sind, an die vierer Nordele von den einzelnen Kulwaren. Was soll denn hier herauskommen, und wie lange dauert es so etwas? Von so einer Etude, die wird so circa ein gutes Jahr brauchen. Als Resultat stellen wir mehr als vier, dass wir hier noch eine Soluzion haben, die die meisten Impakte abweisen werden. Gehen an dieser Retour doch Alternativen analysiert? Zum Beispiel, ob es eine Freileitung oder eventuell eine unterirdische Verkabelung von der Leitung soll gehen? Ja, es gibt Möglichkeiten der Varianten gesicht und es gibt doch geguckt, ob eine unterirdische Kabelstrecke oder eine unterirdische Freileitung mehr sinnvoll ist. Es gibt natürlich den Ouvresch beschrieben, wie zum Beispiel die Masten sollen ausgesehen, und dann wird der Pakt abgelöscht und die vier Amt Nordele abgezeichnet. Am Moment haben wir als Kreos eine Freileitung geplant und auch das auch an diesem Demandendossier hergeschrieben. Der neue Heilspannungspost soll entgegen für den Bauverkommen. Ist das ein Anplacement definitiv oder geht doch doch eine Alternative an der Umweltimpactstudie analysiert? Das Anplacement ist nicht fix. Wir als Kreos müssen natürlich an diesem Demandendossier beschrieben, wie der Post soll ausgesehen und wo er hinkommen soll. Wir sind der Meinung, dass man am besten nicht auf die bestehenden Ouvreschen soll durchkommen. Dann haben wir es einfach für das bestehende Leitungen an den Posten ausgesehen. Natürlich gibt es während der Etüdsphase aber auch noch alternative Gesicht. Die gehen dann abgezeichnet, sie gehen analysiert, den Pakt geguckt und die vier Amt Nordele bewährt. Und das ist definitiv der einzige Ausnahme, dass der Projekt 380 absolut notwendig ist, als wir in Zukunft die Versorgungszicherheit von diesem Land zu garanteren. Wir wollen auch schon auf sich gehen, nur die beste Lösung für das können sie realisieren. Marco Renkent, vielmals merci für die Explication. Das geht. mehr geschieht. mit dem den hohen des 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 Vielen Dank.